Wir sind wieder da, volle Lotte, volle Kornade, Rienade. So, jetzt warte ich auf die Antwort, warum der Geo denn selbstverliebt ist. Aha, fuhre. Warum von mir mal Tag zusammen? Genau. Hallo? Ich sag ja immer so Tag zusammen, ne? Jo, das ist so typisch, ne? NRW. Tag auch. So, das habe ich, ne? Dann sag ich, aber nur noch grüß dich. Grüß dich miteinander. Was für ein Ding? Oh, Jo. Die Berner, die sagen nicht Hallo, sondern die sagen Ciao. Also Tschüss. Ja, das... Ja, das... Und wenn er dann zu diesen NRW-Land kommt, mal wieder, das ist ja jetzt Gott sei Dank jetzt selten, und dann, äh, gucken die an ihm mal blöd. Aber wenn ich dann abends an den Tank stelle, moin! Äh? Ja, das ist ja nicht so. Ja, das ist ja nicht so. Ja, das ist ja nicht so. Ja, wahrscheinlich, ne? Nordrhein-Vandalen halt, ne? Ja. Ist die Schranke da vorne zu oder offen? Rot, 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 rot. Mach mal einen Bremstest. Wie viel zu verrückt. Ha, ha, ha. Die Bremsen sind heavy. Bei mir ist die Schranke offen irgendwie. aber das ding steht er froh warum das sieht nur so aus was recht hat gleich gut dazu kommst du er hat er ist auch noch blick und zack und weg bist du yo maiden im hintergrund es läuft ein guter radiosender muss man sagen da kommt mal wieder eric clapton zwischendurch ein bisschen maiden nein das regiere seiner aussage deswegen ich sage ja irgendwas hast du gesagt und deswegen sagte du bist selbstverliebt aber ich kapiere es noch nicht ganz ich auch nicht gut ich dachte schon ich bin der einziger ich sehe nur dass der moobot schön meine links wird warum macht das eigentlich der night button ich hab den knall oder was nicht einschlauern das rütteln kann schnell die kurve ist gefährlich ich merks gerade das war aber knapp mal die die hat es auch richtig in sich ich musste von den eisen einem bergsträger war wird selbst gewohnt wer mich hat sehr gut wie auch und davon die radarfalle auch noch ja die radarfalle habe ich auch noch rd also können wir da schöne fotos zuhause ich hab das foto jetzt auch aus dem sie kriegt na m und hast du jetzt schönes gesicht der ich habe immer scheiße aus aber auch 15 takt hat die kürge gekostet aber dafür habe ich jede menge nacktfotos jetzt gerade wieso das ja vom blitzer gerade geohartig brecheisen der lenkrad hier hämmert und beeiert nackt nicht durch die fahrer aus wenn du so machst der lkw rüttelt das ist aber dick ist gerade mal ein bisschen laggy bei mir ja man probiert gerade aber auch läuft erster aufenthalt in lablin ich hab alle städte echt du hast alle städte ja geil ich hab auch knapp 90 prozent der karte erkundet mhm das hat weh ja ich hab das pedal nicht getroffen ich hab's gemerkt du hast nämlich mich getroffen ja naja solange es dir nichts macht ich habe nur ein prozent schaden gekriegt hier die gleiche das sind immer die richtigen aber ja klar da steht natürlich jetzt mal wieder gerade einer da wo ich auch ausladen muss das sind immer die besten ja anstatt sondern wegzufahren ich mache es aber schon bevor ich ableitung rückwärtsgang raus das nicht nutzlos rumpiepst und einfach die kupplung während ich äh dings da hab ich auch Ruhe mit dem Volvo dass er so toll ist er ist selbstständig schatter Daniel aber du hast das doch der den Volvo geil fand doch nicht wir Volvo ist keine schlechte Maschine glaub ich hab nur zufriedenstellt ja nö 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 Wo treffen wir uns? So, ihr Lieben, was machen wir eigentlich ab hier? Weiter oder Schicht für heute? Erstmal muss ich jetzt hier abladen. Aber ich treib grad das Loch nicht. Geil. Also, ich wär hierfür weitermachen. Können wir das gleich besprechen, wenn ich eingelocht hab? Nein. Sonst fahrt man erstmal zur Werkstatt. Wunderbar. Mal sauber einlochen, ne? Bin dabei. Und dann muss er rennen. Ausgezeichnet. Hatte ich auch. Wow. Ich bin jetzt auf Level 50. Ihr dürft mir gratulieren. Glückwunsch. Irgendwo da bin ich auch. Ich bin schon mal bei 60. Muss ich mal gucken. Ich bin bei 30. Das ist ein geklauptes Motiv. Ne, ne. Ich hab meins selber erspielt. Ah, ich kann ja nicht wirklich. Weil, ja. Ich würd grad sagen, ich hab meins auch ohne Motz oder irgendwelches Gelumpen. Meiner ist ein Mod. Hab ich bei Mod-Hoster geklaut. Weil das nie ging zum neuen Spielstand erstellen und dann wirklich weiterfahren. Mal nach ein paar Aufträge, zack, hatte ich keine Aufträge mehr. Ja, da muss ich Singleplayer fahren dann erstmal. Hab ich nicht Bock drauf. So, jetzt komm ich zur Werkstatt. Ich hab vernünftig eingelocht. Ich steh schon. Wie sieht's denn aus noch mit eurer Lust? Ich könnte noch ein bisschen. Ich auch. Na dann. Voll klar. Weil meine Erfahrung ist nachts, wenn die ganzen großen Streamer wechseln, dann kommen die Leute. Also morgens um eins. Echt? Geil. Dann sind die drei, dann sind die kleinen Streamer wie uns eins interessant. Jo. Jo. Mit Fracht nach Swans hoch. Ich guck gleich. Ich fahr jetzt erstmal zur Werkstatt, dann reparier ich mal mein LKW. Da ist zwar jetzt nicht viel dran, aber... 7.000 Kilometer. Wen haben wir es denn? Oh, komm. Lass uns mal. Lass uns mal ins Hotel gehen. Du. Guten Morgen. Oh ja. Noch nicht ganz guten Morgen. Wer auch immer noch dabei ist. Ist nämlich gerade das über zweites dabei gekommen. Morgen. Oh, sie ist noch da. Wie ein Hund. Kann nur dabei sein. Ei-Ko-Wau. Trenat. Sauber. Es geht einmal. Es geht noch mal an. ja ich muss mich jetzt erstmal die lackierung ist irgendwie einfach was famous obwohl sie so einfach ist ja normalerweise fahr ich immer mit meiner aber ich habe es mir hier nicht aber irgendwie gefällt mir mal ich weiß auch nicht so schnell hin geklösschen ja ich würde mal sagen das gucken wir uns in der nächsten folge an was wir verfrachten haben wir sehen uns alle in der nächsten folge tschüssi